Nach der Auswahl der für einen Programmblock benötigten Boxen müssen diese verbunden werden. Dazu werden sie ausgehend vom Programmeingang über ihre Ein- und Ausgänge per Drag & Drop mit Verbindungslinien bis zum Programmausgang verbunden. Spielt man nun das Programm über den Play-Button ab, kann man den Programmablauf auch durch das kurzfristige Aufleuchten der Linien mitverfolgen. Durch die Verbindungslinien lässt sich der Programmablauf bestimmen. Soll zum Beispiel in dem hier gezeigten Programmblock nach Einstellung der Sprache über die Set-Language-Box der Roboter zunächst nur winken und dann sprechen, ist dies die richtige Verknüpfung. Sollen dagegen die Hello-Pose und die Sprachausgabe gleichzeitig erfolgen, wird der Ausgang der Set-Language-Box mit den Ausgängen der Say-Box und der Hello-Box verbunden. Und da die Aktion der Hello-Box länger dauert als die der Say-Box, verbinden wir den Ausgang der Hello-Box mit dem Programmausgang und nicht den der Say-Box. Dadurch wird garantiert, dass die Hello-Pose auch vollständig ausgeführt wird.